hallo und recht herzlich willkommen hierbei mein name stefan adias ist dran apart wirst der man ja ich bin ich hier beim angriff der eines versteckes jetzt habe ich wieder die sprache wieder gefunden und es geht ja über nachts oder eingehen muss alle kommen hinter mir ich guck mal hier und erwischt okay machen wir doch Ich habe einen Körger. Ich habe einen Körger. Ich habe einen Körger in den Körger. das wars erstmal bei dem und da hinten wieder welche ich frage wie weit kann man da rein gehen oh doch das wars hier oder hier seh ich keinen mehr hier seh ich jetzt keiner alles ab in die Höhle ab in die Höhle hier 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 Aber das ist keiner, ne? Der einzige hier, ok. Der Meider tiefer in die Höhle. Jetzt war's, dann gehen wir da hoch. Jetzt kommt der Endgegner. Aha, aber der hat einen Speer. Du hast noch einen Speer gemacht. Du hast noch einen Speer gemacht. wenn du im chat bist im live chat hier sieht man eigentlich schlachten auch oder nicht das würde mich mal interessieren jetzt sind die gruppen hier wieder keine ahnung weiß nicht meine wenn ich jetzt hier kämpfe zeigt mir youtube nicht an ob du das die schlacht aussiehst deswegen wollen wir wissen ob man das auch sieht oder ob es einfach nur in dieser fenster bei mir nicht angezeigt wird da gibt es ein turnier taverna hier kann ich die fange verkaufen helia hat die für werte handeln ist sie gut guckt wurft einhändig reichkunst naja kommt die holen wir uns also wie denn natürlich die holen wir noch als kompanin naja ist ja günstig perfekt dann habe ich hier atletik was brauchen wir hier wenn ich dich schaden nahkampf achten wir uns am server ok jetzt bin ich gleich bei einem turnier dabei ist ja cool wenn du mal gucken würdest ob du das auch live siehst siehst oder ob es da irgendwie probleme gibt weil ich dass es zu brutal ist für die live übersteckung deswegen geht es da ab deswegen wenn ich mal bin ich gespannt ob du das auch ist so hier das alles was ich nicht brauche klamotten alle schön verkaufen alles kohle genau und auch kohle auch oder halt zurücksetzen genau hat es wenn ich doch für die nette dame hier nehmen alle ja genau die kann natürlich auch das beste hier und dann natürlich waffen schild dann habe ich eine hier für die kavalerina als steffin also dann geht es doch mal gleich los hier aber schon speichern und dann geht los richtung turnier gesagt bin gespannt ob du siehst und hier geht es los hat man hat man hat man hat ich will noch bei dem turnier teilnehmen ist das turnier im turnier weiter zu wenig ist um zu kämpfen okay das heißt ich muss hier ein bisschen warten damit ich ein bisschen habe ich glaube 20 brauche ich und dann kann ich loslegen ich hoffe mal dass es klappt kommt also jetzt geht es los schauen wir zu weiterhin ich habe zwar ein bisschen wenig power mit 33 prozent aber mal gucken so warte noch ob du ready bist gib mir kurz go ob du mit dabei bist ob du zuschaust jetzt in der ersten runde 4 gegen 4 jetzt sehe ich schon wieder nicht das bild ausschlag alles super hier aber das live bild bei youtube zeigt es mir nicht an doch dann los gates los gates los wir müssen die blauen und die talern natürlich hat sie tatsächlich auf ihren chef angesehen so da sind die blauen alle ja du bist gut aber ja 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 Nein! Nein! 3 gegen 3 ja 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 ich hab du so 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 jetzt jetzt bin ich gespannt ob du den die schlacht auch gesehen hast hier jetzt kommen die zwei kämpfe jetzt mal ein bisschen geld ich weiß gar nicht aber du hast standbild oder es würde mich interessieren ich glaube ab 18 weiss gar nicht so jetzt 2 gegen 2 da neben so und jetzt so geschafft ah Mist, falsche Seite so das war gut oh komm schon komm schon geschafft ok so perfekt Finale und zwar gegen Leutschi also bin ich mal gespannt ich bin eigentlich ein bisschen schneller als er jetzt so 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 nochmal so jetzt geschafft Finale Finale gewonnen gewollt anziehen fünf knochenbrechen auf weg gehen sehr gut sehr gut so ich denke jetzt mal gucken was das mir an irgendwas was ich da gewonnen habe ja da der knochenbrecher einhändig so perfekt dann kann ich nochmal handelt und die Klamotten erst mal verkaufen fertig und wir nochmal zur Schmiede und zwar genau und zwar genau also einsperzen 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 ok das kann ich noch nicht einsperzen ok verarbeiten und verarbeiten und verarbeiten so so perfekt so dann bin ich zurück was du hast was geschafft na dann erzähl noch was du geschafft hast auf jeden fall für meine Zuschauer hier war es das wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann Herr Stefan ciao ciao